Komm ich durch die Tür hinein geflogen? Sonntagmorgen! Hier ein Glocker-Läuten aber wir legen noch im Bett, oder? Da hab ich mir die Gäste wieder da rübergehockt mit dem Reinhold, oder? Er hat seine Frau dabei gehabt, Erika Tippmar, Bettina, Manuel, auch nicht dabei gewesen oder mit der Go-Fo, Marcel, auch nicht dabei gewesen haben wir einen Klopfturm, Yas und Friedberg Spät ist wahr, es haben wir nicht wollen Wir wissen ja alle, wie es ist, oder? Da hockst du mal 10 dringendste Bierchen Dann bestellt der Trottl meistens Jürgen oder Gerald einen Schatten, oder? Und dann passiert es eh schon Da schaust du gar nicht so schnell Auf einmal hast du die Kolbe drin und dann kennst du nicht mehr aus Aber man sieht immer Am Sonntag bleibst du nüchtern! Am Sonntag bleibst du nüchtern! Am Sonntag bleibst du nüchtern! Ich brauche es nicht, aber mit mir sowieso ja, als ihr seht, wenn du einen rauschst, einen Unfall baust und anrustst, dann bist du auch froh, oder? Hat sie auch recht, oder? Man denkt, der Frau muss manchmal schon reichen, oder? So ist sie nicht. Jedenfalls ist sie den Ebenen bei der blöden Arakan-Ammel anabstellt und man denkt, jetzt kommt der Helikopter langsam, oder? Es geht sich schon aus, denkst du dir halt. Und dann bin ich gelaufen, oder? Eine lange Strecke, ich weiß, aber ich denke besser so, als dass du gar nicht mit dem Auto kommst. Wenn ich schließe, ich auch geh. 9 Uhr morgens war's. Aber wie gesehen, die Gliederklotten schon glühtet. Frau und Kind wach, am Frühstücken. Am Sonntag bin ich schnüchtern! 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 Am Sonntag bin ich schnüchtern!